Sein. Er ist Student. Haben. Ich habe ein Buch. Werben. Sie wird Präsidentin. Können. Er kann Deutsch sprechen. Müssen. Er muss arbeiten. Sagen. Er sagt Hallo. Machen. Ich mache Pizza. Geben. Sie gibt mir ein Geschenk. Kommen. Sie kommt nach Hause. Sie kommt nach Hause. Wollen. Sie will ein Eis. Sie will ein Eis. Gehen. Sie gehen in die Schule. Sehen. Er sieht etwas. Er sieht etwas. Wissen. Sie weiß die Antwort. Sie weiß die Antwort. Schreiben. Er schreibt eine Nachricht. Er schreibt eine Nachricht. Stehen. Er steht hier. Er steht hier. Er findet eine Lösung. Er findet eine Lösung. Bleiben. Sie bleibt zu Hause. Sie bleibt zu Hause. Nehmen. Ich nehme Tabletten. Ich nehme Tabletten. Arbeiten. Er arbeitet im Büro. Er arbeitet im Büro. Sprechen. Sie spricht Deutsch. Sie spricht Deutsch. Spielen. Sie spielt Tennis. Sie spielt Tennis. Heißen. Er heißt Jesus. Er heißt Jesus. Denken. Er denkt viel. Er denkt viel. Helfen. Sie hilft ihr. Sie hilft ihr. Glauben. Sie glaubt an Gott. Sie glaubt an Gott. Sie halten Hand. Sie halten Hand. Er bringt das Essen. Er bringt das Essen. Leben. Sie lebt das Leben. Sie lebt das Leben. Tun. Das tut ihr leid. Das tut ihr leid. Fahren. Ich fahre das Auto. Ich fahre das Auto.